Lassen Sie uns über den Gardiner Sileno Minimo 250 Mähroboter sprechen, die intelligente Lösung für müheloses Rasenmähen auf bis zu 250 Quadratmetern. Was diesen smarten Rasenmäher so besonders macht. Zum einen die kinderleichte Bedienung per Gardena Bluetooth App. Über Smartphone oder Tablet stellen Sie alle Einstellungen ganz bequem aus bis zu 10 Metern Entfernung ein. So programmieren Sie Mähzeiten, Startpunkte und vieles mehr mit nur wenigen Klicks. Ein weiteres Highlight ist die super leise Laufruhe des Sileno Minimo. Mit gerade mal 58 Dezibel arbeitet er leiser als jeder andere Mähroboter in seiner Klasse. Sie können herrlich entspannt im Garten sitzen, während der smarte Rasenpfleger für einen perfekten Schnitt sorgt. Dabei navigiert er dank präziser Sensorik sogar durch knifflige Passagen und eng verwinkelte Ecken. Komplexe Gärten mit vielen Hindernissen sind für ihn kein Problem. Und weil der Gardena Sileno Minimo für jedes Wetter gemacht ist, können Regen oder Sonne ihm nichts anhaben. Er mäht zuverlässig, egal bei welchen Bedingungen und bewältigt mühelos Steigungen und unebenes Gelände. Nach getaner Arbeit findet der Mähroboter automatisch den Weg zurück zur Ladestation. Dabei ist dank Bluetooth-Verbindung stets der aktuelle Ladestand ablesbar. Doch die smarten Funktionen gehen noch viel weiter. Sie können mehrere Mähzonen individuell anpassen und mit unterschiedlichen Mähplänen verknüpfen. Selbst enge Korridore vom Hauptrasen zur Nebenfläche bewältigt der Sileno spielend. Mit dem Gardena Sileno Minimo 250 Mähroboter holen sie sich ein Hightech-Produkt für einen perfekten Rasen ganz ohne lästiges Mähen nach Hause. Dank durchdachter Extras und präziser Navigation ein wahres Erlebnis für müheloses Rasenmähen.